Mein Name ist Harald Hummer. Ich bin seit 10. April Bürgermeister von Strobl, der erste sozialdemokratische Bürgermeister in Strobl. Wir haben einige Projekte, die uns momentan gerade beschäftigen als Gemeinde. Auf der einen Seite die Fertigstellung unseres Gemeindezentrums und auf der anderen Seite, ganz wichtig, den Ausbau unseres Kindergartens, damit wir auch hier wieder die Qualität liefern können, die wir benötigen in der Kinderbetreuung. Weiters geht es natürlich auch um die Nachmittagsbetreuung der Kinder und wo wir unser Hauptaugenwerk auch darauf legen werden, sind unsere Bauernsicherungsmodelle. Da wollen wir einfach schauen, dass wir so rasch wie möglich voranschreiten können, dass auch wirklich Wohnungen entstehen und der dringende Wohnungsbedarf einmal befriedigt werden kann. Unser Gemeindezentrum beinhaltet vier Projekte. Auf der einen Seite die WC-Anlage an der Promenade, die ja schon bereits fertiggestellt wurde voriges Jahr, dann die Friedhofsbagger Garage, die ebenfalls schon fertig ist und gerade in Renovierung ist unser Gemeindeamt, wo wir dann nächstes Jahr wahrscheinlich im Herbst einziehen werden und die Aufbauungshalle. Das sind unsere vier Projekte, die momentan in Fertigstellung sind. WC-Anlage 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 WC-Anlage